Hallo, ich bin die Pila Schorn, ich komme aus Lochau, ich bin Vizemiss Vorarlberg. In meiner Freizeit verbringe ich gerne mit meinem Pferd und mit meinem Hund. Ansonsten mache ich noch die Abendmatura, arbeite im Einzelhandel und bin sehr spracheninteressiert und würde natürlich gerne Miss Austria werden. Warum ist das ein Traum für dich geworden? Ich habe angefangen mit dem Modeln von zwei Jahren und es hat mir total Spaß gemacht und auch die Misswahl in Vorarlberg hat mir sehr viel weitergebracht und ich möchte das gerne ausbauen. Glaubst du, das ist deine größte Stärke? Ich glaube, ich habe ein sehr selbstbewusstes Auftreten und ich glaube, das macht mich vielleicht ein bisschen einzigartig. Haben die Jungs bei dir mehr hinterher als bei anderen? Das würde ich nicht sagen, also ich glaube, das kommt immer auf den Geschmack drauf an.